Ich habe ein Kostüm gefunden. Sieht edel aus, was? Lutz Degner aus Hamburg. Kennen wir den? Seit wann gehst du an Mama's Sachen? Ich habe mir überlegt, was ich zum Strandfest anziehe. Beim Anprobieren habe ich in die Taschen gefasst. Nur so. Hey! Wer hat... Klasse! Aber wie kommt so ein Schlitten in unsere Gegend? Er hat Tante Sonja besucht. Guck doch! Tatsächlich, Mami. In ihrem blauen Kostüm. In der Tasche habe ich die Visitenkarte gefunden. Dann ist der Mann wahrscheinlich Lutz Degner. Nie gesehen. Aber man kann ihn auch kaum erkennen. Ist das nicht ihr Grüner? Ich meine ihren Verleger. Quatsch. Dem geht sie doch nicht Arm in Arm. Außerdem ist er viel kleiner und hat graue Haare. Also ich kenne ihn nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Das ist ein Hamburger... Jetzt ist er. Mann! Mit Chauffeur! Ich weiß, Mama, ob sowas reinfällt. So ein Mist. Das reicht. Komm, wir fahren nach Hause. Ich hatte einen sehr edlen Spender. Ach, da ist er ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Doktor. Lutz Degner. Und ich gratuliere Ihnen zu Ihrer fabelhaften Frau. Der neuen Erfolgsautorin des Degner Verlags. Du hast den Verlag gewechselt? Die круг проблемы auf fuerte theatre. wiederholfen' Juni Körs, ihnen Nachста oder тоящodo Schäueli wiederholtrisches die